Ja, herzlich willkommen zum zweiten Film Talk von Future Cinema, dem Talk des Studiengangs Multimedia Art der Fachhochschule Salzburg. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Es hat sich ein bisschen was verändert, nicht nur meine Frisur, nein, wir haben heute tatsächlich auch nur zwei Leute hier auf der Couch sitzen und ich freue mich wirklich sehr, euch hier zu haben. Einmal Regie und einmal Kamera und zwar von dem Masterabschlussfilm Discontent. Und ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Couch. Wie fühlt es sich an? Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein bisschen nervös, aber sonst bin ich schon gespannt auf unser Gespräch und freue mich, was auf uns zukommt. Ja, ich muss sagen, nervös bin ich tatsächlich auch jedes einzelne Mal. Aber ich glaube, das wird sich legen, vor allem, wenn wir entspannt über alles sprechen. Und das Gute ist ja, anders als ich, seit ihr ja mit dem Film sehr, sehr gut bewandert und könnt ja wahrscheinlich alles aus dem FF beantworten. Vasi, du hast Kamera bei dem Projekt gemacht. Vielleicht kannst du ja kurz ein bisschen erklären, worum geht es denn eigentlich so im Groben? Es geht im Groben um den Winter of Discontent, der sich in England, Liverpool abgespielt hat. Und es ist sozusagen Streikzeit, schreckliche Zeit, wo eben in England viele Sachen nicht gepasst haben. Und ich glaube, Josh hat eben unglaublich schön die Zeit dort eingefangen. Eben so vom Feeling her, vom Drehbuch. Also er ist zu mir, hat mir das Drehbuch mal gegeben, in seiner Ursprungsform, wo es noch sehr ausgiebig war. Und dann, genau, hat sich das reduziert. Und es ist nicht nur sozusagen die Zeit gut gefangen, sondern, finde ich, auch eben die Charaktere und eine Charaktergeschichte basierend auf halt realen Ereignissen. Genau. Und dann war ich sehr, sehr froh drum, dass er mich gefragt hat, eben bei dem Projekt Kamera machen zu dürfen. Das heißt, du hast nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben. Wie ist es denn zu dem Ganzen gekommen? Ich meine, das liebt ja jeder Filmmacher, jede Filmmacherin liebt diese Frage. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, wie kam es denn dazu? Also ich habe irgendwie lange überlegt, was ich so als Masterprojekt machen sollte. Und mir ist irgendwie nie, also ich hatte mehrere Sachen irgendwie angefangen zu schreiben, aber es hat sich nie so nach dem Ding angefühlt, was ich wirklich machen will. Und ich habe einfach viel so recherchiert. Und weil mein Vater ja auch aus England kommt, hatte ich auch irgendwie immer Bock auf so eine englische Geschichte und irgendwie so ein Ding zu machen. Und bin halt einfach darauf gestoßen, dass das so in der Vergangenheit in England passiert ist. Und fand das super spannend. Und hatte selber direkt so Fragen wie, wenn Grabgräber streiken, wie geht das dann weiter? Weil irgendwie Leute sterben ja auch weiterhin. So, was macht man mit den Leichen und solche Sachen? Und da hat mich das Thema einfach irgendwie gehuckt. Und ich dachte, man könnte daraus cool irgendwie so eine eben fiktionalisierte Version von dieser Geschichte schreiben. Ja, das finde ich sehr interessant, dass du das jetzt auch schon mit aufgegriffen hast, mit dem, dass man das Ganze natürlich fiktionalisiert. Es ist jetzt ja kein reiner Dokumentarfilm über die Geschehnisse. Wie ist da so die Vorarbeit? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, es ist natürlich dann schon noch mehr Recherche, auch um es dann auch wahrheitsgetreu im besten Fall in Teilen darzustellen. Aber natürlich auch ein großer Teil zu sagen, ich selber lege da ja auch meine Kreativität mit rein. Wie war da so für dich der Prozess vor allem von der Konzeption und vom Drehbuchschreiben? Ja, das ist insgesamt auch ein schwierigeres Thema, weil ich auch das Gefühl hatte, also ich habe mich viel mit so wissenschaftlicher Literatur wirklich auseinandergesetzt. Und die war teilweise auch irgendwie sehr unterschiedlich geschrieben, auch je nachdem, wer die geschrieben hat. Wird natürlich auch irgendwie so, die Sachen werden dann natürlich verschieden repräsentiert. Und ich habe da ein sehr schönes Buch gefunden, das irgendwie diese Geschichte aufarbeitet mit so Oral Histories, also Erzählungen von den ArbeiterInnen von damals. Und da habe ich natürlich viel draus genommen, aber ich habe mir zum Beispiel auch alte Zeitungen angeguckt aus dem Archiv. Das war auch irgendwie super spannend, weil das dann ja auch nochmal so Primärquellen sind, die wirklich die Zeit irgendwie zeigen. Und damit habe ich mich so irgendwie daran gearbeitet. Aber es ist auch irgendwie immer eine Angst, bei so einem Prozess dann halt einfach Sachen irgendwie falsch zu machen. Weil am Ende, man muss ja auch nicht nur so die politischen Hintergründe recherchieren, sondern auch irgendwie die Zeit, was gab es Ende der 70er, so. Da setzt man sich dann doch irgendwie nochmal ganz anders mit auseinander, als man so normalerweise tut. Und vielleicht lernt man dann halt auch nochmal was irgendwie über die Zeit, weil dann doch Sachen, vielleicht Klischees waren, die man im Kopf hatte und so. Also es ist auch irgendwie spannend. Und ich bin mir sicher, wir haben auch bestimmt ein paar Fehler drin. Also das würde mich nicht wundern. Ich glaube aber auch, es ist immer ganz wichtig zu bedenken, das Ganze passiert ja auch im Rahmen des Hochschulabschlussfilms. Also ich glaube, dieses Fehler machen und dass es passiert ist, was ganz legitim ist. Und ich glaube, so soll es ja auch sein, zu sagen, na gut, es ist ein ganz schöner Brocken, an den ihr euch herangetraut habt. Und ich glaube, dass ihr nach bestem Gewissen es sowieso alles richtig gemacht habt. Und dann am Ende des Tages kann man Dinge ja auch irgendwie anders machen, wenn man sich das nächste Mal an eine wahre Begebenheit herantraut. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, weil ich auch immer den größten Respekt davor habe, zu sagen, dass man einfach einen gewissen Realitätsbezug einfach mit in den Film reinnimmt, weil das dann schon immer nochmal so eine gewisse Schwere, zumindest auch für die Vorbereitung und für die Umsetzung bringt. Du hattest jetzt gerade gesagt, es spielt dann auch alles in den 70er Jahren. Wie ist es denn zum Beispiel jetzt auch für die Kamera, vielleicht auch für andere Departments, wie das Szenenbildkostüm? Was sind dann da so für Sachen, die auf einen zusteuern, die man halt auch bedenken muss einfach dann am Ende des Tages? Naja, das Interessante, also da stoßen wir, glaube ich, eh gleich mal auf eine interessante Konstellation, dass man versucht, zum Beispiel Liverpool der 70er Jahre in Salzburg nachzukreieren, ist man natürlich dann teilweise ein bisschen eingeschränkt, wenn man sich die Straßen, die Häuser vorstellt. Es ist durchaus möglich und ich glaube, wir haben auch wirklich gute Locations gefunden. Das ist zum Beispiel dann das Spannende, dass man Locations findet, die noch so geschlossen sind und diesen Raum für Fiktion einfach offen lassen, dass man sich ein bisschen halt die Winkel findet, in denen man das noch verkaufen kann. Und eben dann vollstopft auch mit Szenenbild und eben Grabsteine designt, die man dann halt eben auf einen Hügel hinstellt und eben eingeschränkt ist, die Festung nicht zu zeigen, auch wenn der Salzburg-Bezug vielleicht ab und zu recht spannend gewesen wäre, sag ich mal. Genau, und kameratechnisch war es dann so, dass wir uns eben auch alte Dokumentarfilme von dieser Zeit angeschaut haben, uns die Moods, teilweise auch von diesen Zeitungsausschnitten, die George eben gesammelt hat. Und wir waren dann relativ schnell mal dabei, weil wir gesagt haben, es ist sozusagen dieser Fiktionsteil, aber es ist eine reale Geschichte, dass es auch eher eine händische Kamera ist, die ein bisschen nachahmt, sozusagen diese alten Dokumentationen, auch arbeiten mit Zoom und eben ein bisschen näher am Geschehen ist, dadurch dran zu sein. Und das war einerseits unglaublich schön und nah an den Charakteren dran zu sein und hat auch teilweise ein bisschen die Kameraarbeit natürlich dann mitgeformt. Aber es war trotzdem, ja, mal ein bisschen Stil. Hast du das Gefühl, dass es, wenn du sagst, so eine Handkamera ist natürlich auch ein bisschen näher dran am Geschehen, aber man hat die Möglichkeit, ein bisschen näher dran zu sein, verzeiht das dann auch so Sachen beim Szenenbild beispielsweise, dass man sagt, na gut, wir versuchen eh kameratechnisch das alles nochmal so ein bisschen zu verschleiern, dass man vielleicht einfach sich ein bisschen mehr Spielraum auch gibt, zu sagen, wir wissen ja, wir sind in Salzburg. Und dass wir einfach auch schauen von der Bildsprache her und von der Bildauswahl, einfach vom Ausschnitt, dass man da so ein bisschen sagt, okay, wir schauen nochmal, dass wir schummeln, um es noch realistischer zu machen. Ja, definitiv. Also es war definitiv so, dass wir eben in der Vorproduktion uns die Locations nochmal genau auf dem Viewfinder angeschaut haben und was sind Winkel, die möglich sind, wo wir halt Sachen verstecken können, wo eben wir das Szenenbild sozusagen, eben diese Welt der 70er Jahre sozusagen erzählen können, wo welche Teile eben sein müssen und wo es wichtig war, dass wir halt Teile kaschieren, die sozusagen hergeben würden, dass wir in Salzburg sind. Das waren Plakate, die designt haben werden müssen, Müll, der sich sozusagen zu der Zeit gestapelt hat, weil nicht nur die Totengräber die einzigen waren, die eben gestreikt haben. Und ja, aber das war dann recht spannend zu sehen, wie sich auf einmal halt trotzdem da so eine Welt dann auf einmal in der Kamera, also für mich natürlich nochmal mehr, indem ich wirklich nur den Blick nach vorne hatte, eben da aufbaut. Ist eigentlich immer noch ein bisschen technische Frage, aber ich würde sie vielleicht trotzdem der Regie stellen. Gab es denn irgendwann mal, weil sie dann doch einfach auch in den 70er Jahren spielt, Analogfilm herrscht vor, Digitalfilm gibt es nicht. Gab es irgendwann mal die Überlegung, oder vielleicht habt ihr es auch gemacht und ich weiß es nur nicht, gab es mal die Überlegung, Analog zu drehen, auffilmen? Wir haben also beide gesagt, es wäre schon super, super cool, aber bei uns war es schnell halt so, ja, finanziell die Frage, das ist ja super teuer, das zu machen. Und ich glaube auch, es ist auch irgendwie ein bisschen gruselig, weil da muss man sich auch erst mal rantrauen, weil es ist ja nochmal ein ganz anderer Prozess, wo man viel mehr dem vertrauen muss, was man da macht. Also ich glaube, das würde ich gerne mal machen, aber ich glaube, es ist sicher auch nochmal eine andere Herausforderung. Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich würde das 100 Prozent unterschreiben, ich glaube, allein die analoge Kamera in die Hand zu nehmen, wäre für mich schon so ein Gänsehautmoment und dann mal gucken, wohin die Reise geht. Aber es ist natürlich spannend und ich glaube, auch in der Vorproduktion kommen da natürlich viele Fragen auf. Wie weit wollen wir gehen? Wie viele Grenzen wollen wir so irgendwie ausloten? Und wo sagen wir, naja, da ist es uns wichtiger, hinterher einen Film zu haben, der funktioniert und lieber stecken wir bei manchen Sachen zurück, als dass wir wirklich immer in jedes Experiment reinfallen. Und am Ende haben wir vielleicht, naja, ganz toll viel ausprobiert, aber dann irgendwie ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, die vielleicht auch gescheitert sind. Wie war denn da so in der Produktion, in der Vorproduktion generell so diese Ideenfindung auch, hätte man vielleicht auch in England drehen wollen, dann dreht man hier analog, aber lieber doch. Was war denn da so, wie war so der Prozess zu sagen, ja gut, ich möchte irgendwie einfach vielleicht auch auf ein bisschen Nummer sicher gehen, um halt auch noch die Story und so einfach dementsprechend gut rüberbringen zu können? Ja, also es stand natürlich auch irgendwie im Raum, in England zu drehen, aber ich glaube, das sind auch nochmal so ganz, vor allem vom Producing-Aspekt her, so ganz, ganz andere Challenges, die man da irgendwie hat. Und ich glaube, dadurch ist das dann irgendwie auch schnell nicht mehr so auf dem Tisch gewesen. Oder war echt... Es war ja kurz die Idee, dass wir sozusagen 50-50 drehen, also mit den zwei Drehblöcken, wo wir die Exterior-Szenen tatsächlich in Liverpool drehen und dann ja den Interview-Part in Österreich. Aber dann war irgendwie, ja, mit Stress und allem und eben, wie du gesagt hast, Producing-mäßig. Und es kostet natürlich auch einfach nochmal eine Menge mehr so viel und mit dem Equipment und das alles zu organisieren, ist halt ein Heidenaufwand, würde ich sagen. Ich glaube, so insgesamt, es ist halt auch generell schwierig gewesen, die Locations zu finden und wir haben auch, also es war auch die Überlegung, vielleicht Wien am Friedhof zu drehen oder in München oder sowas. Und da haben wir uns auch einfach super, also ich glaube, ich habe mir noch nie in meinem Leben so viele Friedhöfe angesehen wie in dieser Zeit. Bin da irgendwie immer rumgelaufen, aber am Ende war halt, glaube ich, auch irgendwie die Sicherheit eben, was du auch irgendwie angesprochen hast, die man in Salzburg hat, so ein Ding für mich auf jeden Fall. Und irgendwie die Möglichkeiten, die das hier bietet, weil, also wenn man in der Stadt dreht, wo man irgendwie wohnt, dann kennt man sich auch viel besser aus, wo man vielleicht Sachen herbekommt und wir mussten halt auch so Sachen irgendwie auftreiben können wie 20 Särge. Das ist in so einer Stadt, die man gar nicht kennt, ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube, damit haben wir uns bestimmt auch irgendwie gut getan für uns. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, man darf immer nicht unterschätzen, wie groß so ein Regionalvorteil ist, auch wenn es erstmal so erscheint, naja gut, wie sollen wir jetzt in Salzburg-Liverpool darstellen. Aber ich glaube, am Ende ist wirklich dieser, man kennt sich aus, man hat irgendwie auch ein paar Leute vor Ort, wo man weiß, man hat Kontakte, kann da mal anrufen, mal nachfragen. Ich glaube, das ist wirklich enorm viel wert und manchmal unterschätzt man das, wie gehaltvoll das ein Film auch machen kann, wenn es selbst auf den ersten Blick gar nicht so scheint, dass das wirklich was mit der Story oder mit dem Umsetzen vom Film zu tun hat. Mich würde tatsächlich mal interessieren, weil es ist ja schon so mit dem ganzen Thema Streik und systemrelevante Berufe und es ist ja schon, ja, einfach ein Thema, was eine Relevanz hat. Ein Film, der ja auch gezeigt werden soll, der gesehen werden soll, um zu sagen, ja gut, wenn es den Leuten, die wirklich viel, viel Gutes leisten, schlecht geht, wo kommen wir dann halt hin, wie wird das eigentlich gefördert und unterstützt, so ein Film? Das würde mich mal interessieren, weil ich immer das Gefühl habe, dass dann auch die Filme, die vom Thema her so relevant erscheinen, bekommt man da genug Förderung von den Institutionen, zu sagen, ja gut, ihr macht es uns auch möglich, den Film zu drehen, oder stößt man da schon direkt vor eine Wand? Ja, also es war bei uns eher schwierig. Also so generell Finanzierung ist natürlich immer ein Riesenthema, wo man echt versucht, alles auszuschöpfen, aber bei uns war es echt eher so die Wand, gegen die wir gefahren sind, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es ist irgendwie schade, dass sowas nicht mehr gefördert wird und vielleicht generell auch irgendwie dieses ganze System von Filmförderung ist, glaube ich, auch einfach manchmal schwierig. Also ich hatte zum Beispiel auch einfach wegen den Lokalitäten Probleme, weil in Salzburg braucht man irgendwie zwei Jahre Wohnsitz, aber andererseits in Deutschland, wo ich halt herkomme, werden die Filmförderung nur nach dem Standort der Hochschule vergeben, also geht es da auch nicht. Und irgendwie viele, viele Schwierigkeiten waren da auch vorhanden, so von dem System her einfach. Aber auch sonst ist es insgesamt, glaube ich, immer für alle auch ein Thema, auch für andere Projekte an der FH und überall. Ich glaube auch, also ich glaube, man darf das nicht falsch verstehen, dass jetzt dann plötzlich nur so ein Film nicht gefördert wird. Ich glaube, es ist generell für viele schwer. Aber mir fällt es dann nur immer noch mal mehr auf, dass es eigentlich so schade ist, weil es ja auch ein, finde ich, sehr spezielles Thema ist. Also allein schon zu sagen, es ist irgendwie in den 70er Jahren und das so mit dem Totengräber ist ja dann auch ein bisschen so, ja, was Absurderes, was man einfach gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das auch ein wichtiges Thema ist. Und dann ist es ja eigentlich einfach schade zu sagen, ja gut, da muss man gucken, wie kommen wir halt jetzt hier über die Runden. Und das vielleicht einfach als kleine, ja, kleiner Hilferuhm, kleine Ansage. Bitte fördert doch einfach mehr und leichter und damit noch mehr tollere Filme entstehen können in der Zukunft. Ich habe gehört, ich meine, ein Film ist ja anstrengend so am Set. Manchmal legt man sich da gerne hin, manchmal legt man sich vielleicht auch in ein Erdloch. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was war da los am Set, als du im ausgehobenen Grab lagst? Liegen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Genau, also es ist in einer Szene, eben auch die Anfangsszene, geht es eben um diese Situation als Totengräber in Liverpool. Und man kennt das englische Wetter, also als Salzburger vor allem, wo wir eh genau fast gleich viel Regen haben. Genau, und das wollten wir halt eben darstellen, also wollte ich etwas darstellen. Und ich bin auf die Idee gekommen, was ist da nicht besser, als wie die Perspektive, untersichtig zu sehen, wie anstrengend dieser Beruf ist bei Regen und Matsch. Und ja, dann haben wir, also eigentlich Josh und Art Department, ein Grab ausgehoben mit guter Tiefe. Das war nur noch nicht ganz die Tiefe, die ich mit der Kamera wollte, also haben wir noch ein bisschen tiefer gegraben, bis ich im Endeffekt da eben den Shot, den ich haben wollte, bekommen habe. Und ich glaube, war es im Endeffekt auch wert, auch wenn man dann mit Matsch zugeschüttet wird und unter einem Plastiksack. Aber ich glaube, das ist, was halt Film ist und wo man sich dann denkt, natürlich ist es anstrengend, aber es ist halt für so Momente, macht man es dann, weil das erlebt man, glaube ich, im normalen Alltag nicht in einem anderen Beruf. Dass man in einem Loch sitzt und mit einer Kamera, einem Schauspieler mit einer Spitzhacke, der hier ein paar Zentimeter neben dem Kopf einschlagen, da filmt. Alles sehr kontrolliert natürlich und ja. Ja, eben bitte nicht zu Hause nachmachen, dass irgendjemand mit der Axt oder so irgendwo draufsteht oder mit der Schaufel. Aber ich finde es schön, dass du das erwähnst. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer diese Ambivalenz beim Film, dass man sagt, ja, es ist irgendwie anstrengend und es ist Film und wir heben dann was aus und es regnet und wir liegen im Grab. Und eigentlich denkt man sich so, wenn man dann drin liegt und nach oben guckt, oh schön, ja eh, das ist ja jetzt ein tolles Bild. Und wenn man im Kino sitzt, freut man sich umso mehr, dass man die Arbeit auf sich genommen hat. Und das ist aber, finde ich, immer wieder super interessant, dass man wirklich ständig in dieser Achterbahn sitzt, zu sagen, mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich gerade mache. Und eine Sekunde später ist es schon wieder das Tollste, was man eigentlich machen kann. Und ich glaube, es ist fast wie eine Metapher, da im Grab zu liegen und dann der Blick nach oben. Und ich denke, ach so, da ist ja der Himmel. Eigentlich ist es gut. Ich bin eigentlich ganz unten, aber eigentlich ist es auch ganz gut. Da muss man auch Props an den Schauspieler geben, an Ben, der dort mit nicht ordentlichem Schuhwerk im Matschfall versinkt und trotzdem eine schauspielerische Leistung abliefert, die man natürlich gerne filmt. Und dann im Endeffekt auch einer in seiner Schuhe, während da eben dieses Matschloch versinkt, verliert und nur noch in Socken dasteht und aber trotzdem den ganzen Tag gepusht hat. Und auch im Endeffekt ermöglicht hat, dass es überhaupt so weit geht, dass man sagt, das ist möglich. Ich glaube, das machen auch nicht alle. Und noch dazu im März ist ja auch nicht gerade warm gewesen. Ich glaube, zwischendurch hat es auch ein bisschen geschneit ab und zu mal. Um Gottes Willen. Es muss wirklich hart gewesen sein. Also relativ harte Bedingungen, könnte man sagen. Schön, dass wir auf den Wenn zu sprechen kommen, weil ich wollte eh gern noch was zur Hauptfigur fragen, wenn ich richtig liege, dass er die Hauptfigur war. Und zwar John, der Totengräber. Wie ist es, also erstmal würde mich interessieren, vielleicht ganz einfach, wie ist es denn so eine Figur, weil so wie ich das verstanden habe, im Vorfeld ist er schon jemand, der eher von Zweifeln geprägt ist. Dem das Ganze ja auch zu schaffen macht. Es ist generell eine beruflich schwierige Situation. Es ist eine gesellschaftlich schwierige Situation. Und wie kann man sich da so reinfühlen? Also wie gelingt es dir, so eine Figur zu schreiben, wenn du sagst, na gut, was packe ich da vielleicht von mir was persönlich rein, um das alles so ein bisschen authentischer zu machen? Oder was sind da so die Vorgehensweisen, um zu sagen, okay, ich muss den John irgendwie auf Papier bringen und dann den Film. Wie mache ich das? Also irgendwie, ich glaube, immer wenn ich einen Charakter schreibe, ist da irgendwie auch ein Teil von mir drin. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und bei ihm fand ich es auch irgendwie einfach, das nachzuvollziehen, weil ich finde, wir haben oft, glaube ich, alle irgendwie das Gefühl, man tut was, um die Welt irgendwie zu verbessern. Aber am Ende fühlt es sich so hoffnungslos an. Gerade jetzt irgendwie, wo wieder ganz viel passiert ist in letzter Zeit mit Rechtsruck und verschiedenen Themen, wo man sich selber irgendwie denkt, ja, warum mache ich eigentlich noch was, wenn irgendwie doch am Ende nichts was bringt? Und ich glaube, das ist auch irgendwie, wahrscheinlich motiviere ich mich selbst auch irgendwie dadurch, aber das ist auch irgendwie so eine Hoffnung, vielleicht in dem Film ein bisschen damit auch umzugehen, so in diesem Charakter. Und es bleibt halt auch bis zum Ende schwierig für ihn, aber so ist, glaube ich, auch das Leben halt leider. Und dann habe ich halt eh gedacht, ich brauche irgendwie halt Leute, die gut Englisch sprechen können für den Film, damit wir das gut verkaufen können, eben mit dem Liverpool und dies und das. Und der Ben hatte ja eh schon mal einem FH-Projekt mitgewirkt und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben. Wir haben viel telefoniert vorher, uns auch ausgetauscht und ich hatte das Gefühl, er hatte auch super Lust auf die Rolle und ihn hat das Thema auch irgendwie gecatcht und er hat sich dann auch voll irgendwie, er ist dann auch dort noch auf den Friedhof gegangen, um sich vorzubereiten und hat mit verschiedenen Leuten geredet, weil er auch selbst in London wohnt und ich glaube, das hat dann einfach gut gepasst mit uns und er hat ja auch dann einiges für uns durchmachen müssen, deswegen sind wir, glaube ich, beide sehr dankbar. Aber ich glaube, das klingt wahrscheinlich auch für alle, die zuschauen, danach, dass ihr wirklich in jedem Department alles gegeben habt, um den Film irgendwie möglich zu machen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch immer, dass alle einfach motiviert sind und dass es irgendwo, glaube ich, auch natürlich in unterschiedlichen Ausmaßen aber einfach ein Herzensprojekt ist, weil ich glaube, das macht es oft auch aus, auch für Leute, die dann schauspielern. Das heißt, wenn ich selber Lust drauf habe, dann ist es schon gar nicht mehr so schwer, mich irgendwie reinzufühlen, weil das irgendwie so alles dann schon mitschwingt, zu sagen, wir alle haben irgendwie die Lust darauf, dass dieser Film entsteht und auch einfach gesehen wird. Wir haben ja ganz kurz und eigentlich leider, weil es so wichtig ist, zu kurz vermutlich angesprochen, dass es ja dann auch um so diese Problematik geht mit den Streiks und den systemrelevanten Berufen und dass die einfach auch ganz oft nicht ausreichend vergütet werden etc. Da gibt es ja einiges an Problemen. Wie ist es denn jetzt für uns als FilmemacherInnen, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, als Hater, das ist ja absolut gar kein systemrelevanter Beruf. Ich weiß nicht, wer sowas in den Mund nehmen würde. Aber so was könnte da so unsere Art einfach sein, was ist vielleicht auch euer Anspruch vom Film zu sagen, das ist so unsere Möglichkeit, vielleicht irgendwie da ein bisschen was zu bewegen, ein bisschen zu helfen. Ich würde sagen generell vielleicht, wir haben ja, jeder hat ja als Person irgendwie die Möglichkeit, solidarisch zu anderen zu sein, diese Dinge zu unterstützen. Und man sieht es ja zum Beispiel total oft bei den Bahnstreiks, dass sich alle beschweren und sagen, aber jetzt streiken die schon wieder. Und da wird halt oft auch die Schuld einfach immer den ArbeiterInnen gegeben. Während Konzerne halt auch gerade in den letzten Jahren, wo irgendwie Krisen waren und Leute sehr irgendwie unter den Teuerungen gelitten haben, haben Konzerne halt irgendwie Millionen an Zugewinnen gemacht. Und die Lohne würden aber gleichzeitig nicht erhöht. Und sich für diese Thematiken, glaube ich, generell auszusprechen, finde ich wichtig und diese Menschen zu unterstützen. Und gleichzeitig können wir halt auch in unserem eigenen Arbeitsumfeld anfangen, finde ich, und selbst tätig werden. Die Tarifverhandlungen zum Beispiel unterstützen, die jetzt zum Beispiel auch gerade stattfinden. Es gibt auch in der Verdi zum Beispiel eine Filmunion, wo man sich einbringen kann. Und ich glaube, da kann man auch in unserem eigenen Arbeitsumfeld noch einiges ändern. Und dann so in der Filmbranche gibt es genug Probleme, die man ansprechen könnte. Ja, es gibt zum Beispiel auch in Wien, also eigentlich österreichweit, die Union, wenn man beitreten kann. Es gibt Leuchtkraft, es gibt schon Organisationen. Und ich meine, natürlich, wie du gesagt hast, eben diese Kollektivverhandlungen, die immer stattfinden, man regt sich dann auf über die Bahn. Aber im Endeffekt ist das, was eigentlich ja den Kollektiv erhöht. Und vor allem filmmäßig, ich glaube, in Österreich, wo wir unsere 60 Stunden die Woche arbeiten und eh schon seit Jahren jetzt im Diskurs ist, ob wir jetzt auf 50, so wie in Deutschland, runtergehen und endlich eine Pause einführen, die länger als 30 Minuten ist. Man kann sich dafür einsetzen und man kann darüber reden. Und ich glaube, es ist in Umsprache und solche Filme zu machen wie das Content sind ja nicht nur ein kurzer Rückblick auf die Vergangenheit, sondern sollen ja auch Denkanstoß für jetzige Problematiken sein. Und ich glaube, das schafft der Film auch gut. Ich habe auch zum Beispiel gehört, dass mal irgendwo im Gespräch war, zum Beispiel Kinderbetreuung auch on set anzubieten für Frauen. Ich glaube, das wäre super, also nicht für Frauen, aber es ist ja oft so, dass diese Arbeit noch an Frauen hängen bleibt. Und ich glaube, es wäre schön, wenn es da zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten gäbe, dass die ihren Beruf noch genauso weiter ausüben können. Ja, das finde ich einerseits super cool, dass ihr das so anspricht, weil mein erster Gedanke ist natürlich, naja klar, wir versuchen irgendwie über Film diese relevanten Themen anzusprechen, damit es halt zum Denken anregt, dass man diese Denkanstöße gibt, dass man das einfach auch nach draußen trägt. Aber ja klar, am Ende des Tages, ich glaube, in jeder Branche, in jedem Beruf gibt es irgendwie gewisse Problematiken und einfach Missstände, auf die man aufmerksam machen kann und an denen man auch arbeiten kann und sich solidarisch zeigen. Und ich glaube, die Filmbranche ist da doch auch leider eine, wo es noch viel Luft nach oben gibt und wo es dann vielleicht auch umso wichtiger ist, sich auch da intern mal mit zu beschäftigen, was da so die Sachen sind, die man ändern kann. Ich finde es so traurig, weil die Zeit läuft uns weg. Aber ich freue mich umso mehr, weil wir jetzt mit heute eine neue Kategorie haben. Und zwar bekommt ihr von mir eine Art Mystery Box. Ja, es ist so spannend, wie es klingt. Und ich würde euch bitten, vielleicht einmal, Josh, wühlt doch mal in unseren Fragen. Und die sind von den Teams davor. Und dann würde ich euch bitten, die einmal zu beantworten. Welchen Film hast du zuletzt gesehen? Na, jetzt bin ich gespannt. Ich habe tatsächlich einen sehr passenden Film, als ich das gesehen habe. Ich glaube, The Old Oak heißt der. Das ist ein Film von Ken Loach, auch ein britischer Regisseur, der so ein bisschen in die Richtung geht von dem, was Diskontent macht. Also der oft so Sozialdramen über ArbeiterInnen gedreht hat. Und da geht es um eine alte Kneipe und so, wie die als neuer Community Space wieder aufgebaut wurde. Und irgendwie so die Probleme zwischen Geflüchteten, die in das englische Dorf ziehen und der lokalen Bevölkerung dort. Und das eigentlich passt voll gut. Ich gebe das mal weiter, würde ich sagen. Nee, nee, warte mal. Die gleiche Frage. Die gleiche Frage? Ja, ja, ja. Ich darf mir eine von diesen vielen Fragen aussuchen. Nein, 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 nein. Okay. Die gleiche Frage. Ich war zuletzt im Kino und habe mir The Boy and the Heron oder eben Der Junge und der Reiher Ghibli-Verfilmung. Hau Miyazaki. Ja, animiert, sehr schön. Ich glaube, vielleicht jetzt mal der letzte Film, den er rausbringt, nachdem er sehr persönlich war. Aber ich glaube, bei eben Filmschaffenden weiß man nie wirklich, wann sie wirklich in Pension gehen, nachdem ich Kollegen habe, die 70 anpeilen und trotzdem noch immer am Set stehen. Also auch da noch die Frage, ob vielleicht noch mehr kommt oder nicht. Ja, ich glaube auch immer dieses Ich-höre-auf ist eine Sache, die kann man drei Wochen ernst nehmen und dann muss man mal überlegen, was noch so kommt. Das war es aber noch gar nicht. Denn ihr habt jetzt die Aufgabe, selber eine Frage zu schreiben. Überlegt euch was, stimmt euch ab, schreibt es bitte drauf und dann geht es damit ab in die Box fürs nächste Team. Dürfen wir sie sagen oder? Ja, sagt es bitte, aber schreibt es auch auf. Okay. Es darf alles sein. Es darf alles sein. Wenn Budget keine Frage wäre, welchen Film würdest du gerne machen? Das finde ich spannend. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Kannst du schön schreiben? Nein. Ich zwar auch nicht, aber... Ich muss auch dazu sagen, ich wünschte Budget würde keine Rolle spielen, weil das wäre einfach der Traum. Aber na ja, so sind wir hier. Ja, aber es entstehen trotzdem Projekte wie dieses Content, wo man dann auf einmal halt eben, ja, trotzdem das Bestmögliche macht mit dem, was man halt zur Verfügung hat. Und man findet meistens spannende Wege. Ich glaube auch und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, den zum ersten Mal im Kino zu sehen. Also ich glaube schon seit Längerem und ich freue mich wirklich unfassbar. Ja, ich hole mal kurz hier die Box hoch, wirf es bitte gerne rein. Wahnsinn, danke. Das heißt vielleicht eine abschließende Frage. Wann können wir den denn sehen? Also wir sind gerade immer noch in der Postproduktion und es ist noch ein bisschen was vor uns. Aber die Hoffnung ist, dass er bei der Werkshow, also Creativity Rules, dann dieses Jahr 2024 zu sehen sein wird. Das heißt, alle Kalender schon mal anstreichen. Im Mai, Ende Mai 2024, ab ins Kino allein. Und ja, was soll ich sagen? Wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt auf den Film. Ich finde, das ist ein großartiges Thema. Und es hat alles sehr viel Gehalt und Wert. Und es ist richtig und wichtig, dass ihr das gemacht habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Ihr schaltet auf jeden Fall ein, um zu schauen, ob die Frage von euch beantwortet wird beim nächsten Mal. Und ich hoffe, alle anderen auch, die zugesehen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Film Talk 3. Und das war's für heute. Und das war's für heute.